Hallo zusammen, Aizoki hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Macht der Waldes anzunehmen bei Mewitwa, im Smawak Grünendraum, an dieser Stelle, also im Gebäude Twin in diesem Tempel. Vor Quest war Mewitwas Gambit. Und wir müssen jetzt Streitkräfte besiegen, in diesem ganzen Gebiet. Wir könnten auch hier kämpfen und schauen, was die so bringen. Ihr solltet aber eventuell darauf achten, nicht von allen Mobs gleichzeitig die Aqua zu bekommen. Ja, die geben nicht so viel. Oh Vorsicht, Feuerboden. Ich glaube, ich fliege hinter den Tempel. Dann sind die da geheilt. Ich bin weg. So, verschwunden. Und mal schauen, was hinter dem Tempel abgeht. Ich glaube, da sind die Mobs angenehmer. Da kann man hier diesen Boden benutzen. Keine Elite-Mobs. Immer sehr positiv. Und bei 21 Prozent. Alles keine Elite-Mobs. Gibt's sowas? Ab und zu 1. Sauberwunderblöchern. Das müssten die Fallen sein, um uns den Kampf zu vereinfachen. Weiß nicht, was jetzt passiert ist. Zumindest ist mir nichts aufgefallen. So. Und ich bin bei 50 Prozent. Oder knapp darüber. So. Falls ihr euch fragt, warum ich nicht loote. Nun, ich befinde mich hier auch vom PTR. Der würde mir nicht allzu viel bringen. Ab und dessen. Und er wird groß. Gefällt mir. Ich bin betäubt. Geht's noch? 2,83 Prozent. Diese Portale hier kann ich nicht anklicken, wie es aussieht. Und Quest ist bereits zur Abgabe. Jetzt habe ich aber ein bisschen mehr gefunden, als nötig. So. Mit irgendwas bin ich noch im Kampf. Aber ich habe ja Schatten-Mimik. Und darf wegfliegen. Hierhin. Quest ist abzugeben. Bei Meritra. Im Smama-Quen-Entraum. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.